So, drei, vier, fünf und sechs. Ui, guck mal da. Stellt sich einfach so ein Ding in die Quere. So, jetzt hab ich Sticks, aber keine Kohle, ne? Hm, klasse. Oh, passt ja. Oh, oh. Guten Tag. Na ja, kaum sind die Blumen da, kommt schon der Erste, der sich als Gärtner bewirbt. Nein, du nicht. Du hast nicht das passende Händchen dafür. Bei dir gehen wahrscheinlich die Blumen eher kaputt. Oh, Küper. Hallo, hallo. Ja, genau. Nein. Ja, jetzt kommen sie auch noch zu zweit. Ja, gut. Ja, komm. So, die Fackel ist mal weg. Gut. Äh, ja, doch keine mal. Manche Blöcke gehen ja einwandfrei, ne? Und dann wieder andere gar nicht. Na, ich hab schon gedacht, ich hab da jetzt einen anderen Linenschacht aufgemacht, weil das... Weil der Stein anders aussah. Okay. So, zack. Ich hab doch noch Fackeln. So, noch ein bisschen Eisen. Ja, noch ein bisschen mehr Eisen. Ja, komm. Eisen nehme ich gerne. Auch wenn wir durch die Farben genug hätten. Aber, mein Gott. Wer hat der hat, ne? Ah, hier waren wir schon. So ein bisschen. Ja, Deutschland will sich jetzt eben mit den europäischen Staaten abklären. Ich glaub, ich wiederhole mich 10.000 Mal, oder? Kann das sein? Naja, auf jeden Fall, ähm, in Absprache mit den anderen eben, dann gucken, welche Waffen geliefert werden. Und, ja, wie sie das dann am besten machen. So. So, da ne Fackel. Da geht keiner. Oh, noch ein Creeper. Ja, sei ruhig. Ähm. Da ist anscheinend nichts mehr. Ne. Bleh. 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 So. Fackel. Ähm. Ach, ja. Wegen der Begründung wollte ich jetzt eigentlich noch drauf hinaus, was sie dann gesagt haben. Ja, von wegen, ähm. Ja, wenn das dann wirklich dort eskaliert, dann kann das aufhören. Europa ziemlich gefährlich werden. Ich war, ich kenne die Ausmaße nicht. Also, ich bin da auch zu wenig, äh, politisch engagiert, um da wirklich raussehen zu können, okay, das ist jetzt doof, das kann uns betreffen oder nicht. Ähm. Ja. Werden wir dann sehen, wenn es zu weit ist. So, hier ist es fertig. Hier nehme ich erstmal alles mit. So, die Spinnweben könnte ich eigentlich auch mitnehmen, oder? Ich weiß es noch nicht. Die Spinnweben nehme ich jetzt heute nicht mal mit. Oh. Hier muss ich auf jeden Fall dicht machen. Mit koppeln. Wo man da noch irgendwas auf dem Kopf platzt. Ne? Stichwort Peng. Weiß jeder, was ich meine? So. Wo ist da unten Licht? Kann bestimmt Lava sein. Ah ne, ne Fackel. Aber nicht meine. Ich baue die ja immer so auf, dass ich dann auch leichter den Rückweg finden kann. So. Oh man ey. Ey, wo? Ach da, guck mal da. Da kommt so ein Knorriger. So eine Cape Moss. Danke. Und es kam eine lange Dürre. So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade. Ein Fledermaus. Ja, gott's toll. So. Ne, aber ihr seht ja selbst, es hat irgendwie... Keine Ahnung. Kein Docht. Nö. Nicht wirklich. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch hier die Aufnahmesession fertig. Und dann gibt es erstmal eine Zwangspause. Für mich. Tut mir wirklich sehr leid, aber... Oh, wenn du nicht mal die Blöcke richtig droppen. Oh, guck mal hier, da steckt ein Pfeil. Da stug ein Pfeil. Steckte, stug... Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Aber ich finde es geil mit dem neuen Stein hier. So. Guten Tag. Ist immer da. Ich glaube hier... Bleh. So. Ja, und es war jetzt auch nicht unbedingt irgend so ein Hansel, der das da beschlossen hat, dass wir jetzt Waffen liefern. Ne, das war schon die Merkel mit ihren ganzen Ministern, die es da gibt. Was weiß ich, wie viele Minister es da gibt. Habe ich auch keine Ahnung. So. Ich gucke jetzt mal dicht. Da noch eine Fackelin. Ah, guck mal da. Hinten ist es auch schon wieder Sackgasse. Aber noch eine Schiene. Die nehmen wir mit. Weil Schienen werden wir noch genug brauchen. Ach man eh, wenn die doch nur Tropfen würden. Also richtig, meine ich. Ich meine, die Tropfen tun sie ja, aber die sollen dann halt auch auf dem Boden verschwinden. Mensch. Wenn ich auch weiß. Hatte sie jetzt, hatte sie nicht. Ja, so wie jetzt hier. Da kann es so weitergehen. Ich meine, ich darf mich ja nicht beschweren. Ich bin ja selbst schuld, dass ich jetzt in die Snapshot... Snapshot. Doch, dass ich jetzt in die Snapshot reingegangen bin. Ich meine, da muss man halt mit Fehlern rechnen. Ist ja klar. Ist klar, wirklich. Aber wenn das halt dann so ist, dass du... Ich meine, normal kannst du spielen. Das ist kein Ding. Aber sobald ich eben aufnehmen will, dann lackt es so dermaßen. Und das ist einfach nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht mehr schön. Aber ich bin immer noch... Immer noch... Ne, okay. Auf der Höhe nicht. Ich dachte, wir könnten hier noch Diamanten finden oder sowas. Aber Gold finden wir gut. Das ist nicht schlecht. So. Da hinten ist auch wieder Licht. Ja, ja. Der Pessimist sieht... Kein Licht im Tunnel. Der Optimist... Ne. Wie war das? Boah, wie ging das nochmal? Ja, doch, doch, doch. Genau. Der Pessimist sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Der Optimist sieht ein Licht am Ende des Tunnels. Der Realist sieht ein Licht und... Sagt sich ja. Das könnte ein Zug sein. Und der Lokführer sieht bloß noch drei Idioten. Äh. Ich habe scheiße erzählt, ich weiß. Witz erzählen ist absolut nicht mein Ding. Oh. Oh. Hier muss ich erst noch absichern. Bevor ich hier weitergehen kann. So. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Hier ist wieder Lava. Alter. Warte mal, ist das unsere? Ich weiß gar nicht, ob das unsere Schlucht ist. Äh. Na. Jetzt bin ich da runtergefallen. Hm. Interessant. Definitiv. Interessante Gegend. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt mit den Snapshots auch hier... Also, World Generator, äh, klar. Haben sie ja geändert. Aber ob sie dann auch, ähm, hier sowas bearbeitet haben mit den Schluchten und allem drum dran. Das weiß ich jetzt nicht. So, da geht's wieder hoch, ja. Und ich glaub, hier hab ich noch... Ah, guck mal da. Eisen. Das holen wir uns noch. Auf jeden Fall brauchst du jetzt viel mehr Platz. Alter, wo ist denn das scheiß Zombie? Naja. So. Da noch einer, da noch einer. So, sehr schön, sehr schön. Ja. Mehr Themen hab ich eigentlich gar nicht gehabt. Ganz ehrlich. Ich hab, ähm... Ich hab irgendwie so... Ja, die Gabe, Themen total zu verhunzen. Hab ich so das Gefühl. Anfangs ging's. Anfangs war es eigentlich ganz gut. Hatte ich so den Eindruck. Ähm... Aber mittlerweile... Nö. Krieg ich irgendwie nicht mehr so richtig hin. So. Lava, geh weg. Danke. Fackel hin. So. Ah, toll. Jetzt hab ich die Fackel wieder ausgemacht. Nein! So. Äh, das klingt verdächtig nach Lava. Hier. Ah ne, das war bloß eine... Eine Lava-Quelle. Ja gut. So ein Source-Block. So, okay. Da muss ich noch... Was bist denn du? Holzgräder. Warum hab ich nicht im Inventar? Also hier in der Schnellleiste. So. Wird gleich dunkel hier. Achtung. Vorsicht. Uah. Sag mal, kriegen die irgendwie einen Buff oder sowas? Hm. Warte mal, was hab ich noch drauf? Schärfe Rückstoß-Haltbarkeit. Okay. Mal gucken. Anscheinend kriegen die irgendwie so einen Buff. Oder das ist wirklich die Intelligenz von denen. Ja, der läuft jetzt normal. Hm. Körmisch, körmisch. Ja. Hätten gerne Karotte an der Wand. Super. Meine Güte. Wo geht denn das noch hin? Wie soll das noch hinführen? Ah. Zo, Auto Fackel. Top. Ähm. So, jetzt hab ich erstmal genug Sticks. Und auch genug Fackeln. Na toll. Ja, so super, ne? So, Fackelmann und Söhne. Dö, dö, dö. Also irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich das mit den, äh. Themen nicht mehr so hinbekomme. Wie das vorher mal der Fall war. Ja, hier ist ja gar nichts. Oh, ein bisschen Eisen. Okay. Hä, komisch. Ab und zu droppen sie, ab und zu droppen sie nicht. Also so richtig meine ich jetzt. Dass dann auch die Blöcke verschwinden. Manchmal geht's, manchmal nicht. Kommt anscheinend wirklich drauf an, wie viele Chunks oder sowas geladen sind. Hm, könnte ich mir gut vorstellen. So. Bäh. Ja. Naja, aber Themen gehören dazu. Zu so einem Minecraft Let's Play. Definitiv. Ich meine, man ist ja die ganze Zeit nur am abbauen, abbauen, abbauen. Oder am aufbauen, aufbauen, aufbauen. Oder am rumlaufen, rumlaufen, rumlaufen. Ähm. Ah, hier hab ich noch was gesehen. So. Ja. Holz geht immer noch nicht. Sind es nur bestimmte Blöcke? Kann es sein? Hm. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ne, aber ihr dürft's mir dann auch wirklich nicht übel nehmen, wenn ich dann eine Pause mache. Aber ihr seht's ja selbst. Ne? Also, hm. Ja, aber so weit runter wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich wollte jetzt hier erstmal noch. Hallo Fackel. Mann, eh. Ich wollte jetzt hier erstmal noch den Minenschacht erkunden. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Äh, hier wahrscheinlich nicht. Weil hier waren wir schon. Da machen wir hier noch ne Fackelchen. Aber dann gehen wir hier mal weiter. Und da sieht's aus, als wär's... Keine Sackgasse. Okay. Oh, oh. Das sieht schwer nach Spinnenspawner aus. Oder auch nicht. Okay. So, zack. Danke. Meine Güte. Ey, da muss echt ne Sekunde warten. Bis dann die Fackel am Arten ist. Kommt mir grad vor, als hätte ich da irgendwie so ne Osramleuchte oder sowas angemacht. So ne Energiesparlampe. Brauchen ja auch immer zig Tage, bis sie da an sind. Dann hört man es jetzt mal so. Bling. Also das sind noch die alten Mitstatter. So. Welcher Höhe sind wir hier? 23, okay. Oh, Gold. Gold ist immer gut. So. Boah. Ja, gut, danke. So, Gold, 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 Gold. Ach, ist das goldig, echt. So, du mit. Machen wir hier wieder schön zu, damit wir hier auch gut laufen können. Ne? Und das rauben wir mal weg hier. Na, Sackgasse. Schade. Ich hab gedacht, hier geht's runter, dann könnten wir vielleicht auch Diamanten finden. Das wäre auch mal schlecht. Wir haben ja so wenig. Oh, Lapis. Lapis ist gut. Das nehme ich aber mit der. Oh, noch mal Lapis. Sehr gut. So. Schwertchen gezückt. Ne, hier geht's schon wieder zurück. Das ist eigentlich ein paar.